Hallo zusammen, willkommen bei Pleiadisches Wissen. Meine Partnerin ist Christina und ich bin Estella, und heute bringen wir euch ein ganz besonderes Video, in dem wir euch alle Mitglieder der taigetischen Rasse vorstellen werden, die sich gerade im Orbit auf dem Schiff namens Tolika hier auf der Erde befinden, aber bevor wir mit dem Video beginnen, möchten wir einige Punkte klären, damit ihr den Inhalt dieses Videos wirklich verstehen könnt. Wir haben alle Punkte hier vorbereitet, um keinen zu vergessen. Zunächst einmal, alle Begriffe, alle Wörter oder Adjektive, die du sehen wirst, die sie benutzen, um zu beschreiben, was sie sind, die Positionen, die sie haben, oder die Aufgaben, die sie ausführen. Dazu muss gesagt werden, dass sie nicht die genaue Bedeutung dessen, sind, was sie wirklich meinen, denn oft geht es in der Übersetzung verloren und es sind Konzepte, die wir hier auf der Erde nicht haben, wir nicht zu sehen. Was sie also tun, ist, dass sie den Begriff verwenden, der mehr oder weniger am ähnlichsten ist, aber das ist oft sehr begrenzt und nicht in der Lage, das zu übermitteln, worum es wirklich geht und alles, was mit diesem Begriff einhergeht. Ich werde zitieren, wie sie sagen, das ist so, damit du uns nicht als zu menschlich interpretierst, denn wie sollen wir sonst beschreiben, wer wir sind und welche Positionen wir haben? Wenn wir diese Worte nicht benutzen können, dies ist ein Satz von Anneka von Temer, aber der Punkt ist, dies müsste sehr logisch und sehr einfach zu verstehen sein, denn es ist klar, dass es ein gegenseitiges Verständnis geben muss, damit Wissen weitergegeben werden kann, und wenn es nicht so wäre, wäre es nicht möglich. Und damit meine ich nicht, dass dies nur in der spanischen Sprache geschieht, dies geschieht in allen Sprachen, die wir hier auf diesem Planeten haben, denn es sind Konzepte, die wir nicht benutzen und deshalb haben wir keinen Ausdruck dafür, oder wissen nicht, wie wir es beschreiben können. Sobald dies geklärt ist, wirst du sehen, dass es während des Videos bestimmte Akronyme gibt, die sie benutzen, um einige Gruppen oder einige Kategorien zu beschreiben, und ich werde dir jetzt sagen, was genau sie bedeuten, Und auch, dass diese Akronyme nur für das menschliche Verständnis gemacht sind und dass sie es so nicht benutzen, CIC, gleich Central Intelligence Command, HRH, gleich Heroil Highness, CAP, gleich Combat Air Patrol, MD, gleich Medical Doctor, SOG, gleich Special Operations Group Auf der anderen Seite sind, wie wir gesagt haben, diese Leute hier in der Erdumlaufbahn in einem Raumschiff. Das Schiff heißt Toleka und es ist das erste seiner Art, der Toleka-Klasse, und das Schiff umkreist die Erde alle 164 Minuten, was dazu führt, dass die Crew alle 82 Minuten einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang sehen kann. Dieses Bild, das du auf dem Bildschirm siehst, ist dem Schiff ähnlich, aber natürlich nicht das Original, über das Schiff, die neuesten Daten, die wir haben und die wir bereits mitgeteilt haben, ist, dass es auf einer Höhe von 423,9 Kilometer über der Oberfläche, und mit einer Geschwindigkeit von 7,9 Kilometer pro Sekunde unterwegs ist. Dieses Schiff hat eine Länge von 1,734 Kilometern und bietet Platz für 1800 Menschen, obwohl es im Moment nur 30 sind, 28 Taigeter, Yatshi und ein Mensch, aber auch 7 Kerzen, 5 Rädchen, 15 Mogai und 3 Otter. Eine der Klassifizierungen, die du oft sehen wirst, ist die eines Haschmalim. Ein Haschmalim ist eine männliche Person, die hoch trainiert ist, so wie wir es hier auf der Erde kennen würden, wie unter anderem die Spatial Forces oder die Delta Force Navy Seals. Sie sind also darauf trainiert, in feindliches Gebiet einzudringen, um Missionen von hoher Gefahr und Wichtigkeit durchzuführen, unter anderem zum Überleben und der Flucht und Verstecken, wie Sprengungen und Terrorismusbekämpfung. Diejenigen, die jetzt, auf dem Schiff sind, einige von ihnen sind auch Piloten, und sie sind es die für die Durchführung der Unterstützungs- und Wartungsaufgaben zuständig sind, also diejenigen, die alles, was da oben läuft, instand halten. Wie du sehen kannst, wäre es ähnlich wie bei einem Soldaten, aber in Wahrheit ist es nicht dasselbe, was wir unter dem Militär verstehen, das wir hier auf der Erde haben, wie ein Rang X des menschlichen Militärs. Ihnen wird beigebracht, Befehle zu befolgen, nicht zu denken, nur zu reagieren, niemals zu hinterfragen, alles zu befolgen, einfach alles blindlings nur zu befolgen. Also nur das Militär eines höheren Grades, oder die Offiziere, werden gelehrt, Befehle zu geben, aber immer den Regeln und der Befehlskette zu folgen. Stattdessen wird der Militär aus Teilgeta vor allem Ethik beigebracht, was hier bei unserem Militär völlig unterdrückt wird. Sie werden gelehrt, ihre eigenen Entscheidungen vor Ort zu treffen, das Kommando zu führen und wie sie sich holographisch gegenseitig, mit Tipps im Einsatz holographische Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet, dass es in gewisser Weise das Ergebnis einer Ratssitzung zwischen den Mitgliedern der Gruppe ist, in der die Daten und Fakten offengelegt werden und die bestmögliche Entscheidung mit den Daten, die sie zur Hand haben, getroffen wird. Das bedeutet, dass sie vielleicht zu einer Mission beauftragt werden, aber sobald sie dort ankommen und die Situation analysieren, können sie entscheiden, sie nicht, auszuführen. Es ist klar, dass dies eine Verantwortung mit sich bringt, der sie sich später stellen müssen, aber sie müssen keine Befehle befolgen, nur weil es so gesagt wurde, so ist jeder Teilgeta-Soldat derjenige, der auch Befehle gibt, um mit anderen, oder alleine koordiniert zu werden. Er hat das Training, Situationen einzuschätzen und die Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen und den besten Weg für jeden Umstand zu wählen, ohne sich unbedingt mit der Kommandozentrale in Verbindung setzen zu müssen. Wenn es nicht möglich ist, ich erkläre auch, dass du sehen wirst, dass viele der Leute Spitznamen tragen, die von NORAD zugewiesen wurden, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was NORAD ist, NORAD ist das nordamerikanische Verteidigungskommando, wie Anneka erklärt, verfolgt NORAD die Operationen unserer Kampfflugzeuge auf dem Radar. Also, unter den Abfangjägern der United States Air Force benutzen sie untereinander diese Codes, um darauf hinzuweisen, wenn sie eines unserer Schiffe in ihrem Luftraum identifizieren. Die von NORAD zugewiesenen Namen sind also keine Namen, die von den Taigetern stammen, die meisten sind Codnamen, die von dem menschlichen Militär stammen, die sie zur Identifizierung der taigetischen Schiffe zugewiesen haben. Nur hat, in einigen Fällen das menschliche Militär ihren Namen übernommen. Hier kommen wir wieder auf die Verwendung der menschlichen Terminologie zurück. Wenn du im Luftraum fliegst, wo es menschliche Soldaten gibt, ist das Logischste, was du tun kannst, um keinen Konflikt zu verursachen, dass du dich den Regeln anpasst, die sie im Luftraum haben und dich zum Beispiel in ihrer eigenen Sprache anstelle mit taigetischen Namen identifizierst, Welche viel komplizierter wäre, als die menschliche Terminologie zur besseren Kommunikation zu verwenden, und es mag den Anschein haben, dass alles einen militarisierten Beigeschmack hat, aber wie Anneka sagt, dies ist eine Mission unter der militärischen Zuständigkeit von Taiget da, wir sind keine Jacht auf Urlaub, Also, wie Estella schon erklärt hat, das Militär und wie es funktioniert, unterscheidet sich sehr von dem, was wir hier über einen Soldaten auf der Erde wissen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du sehen wirst, dass es viele gibt, die zwar sagen, wie alt sie sind, aber nicht das genaue Geburtsdatum nennen, oder viele andere, die einfach sagen, dass sie kein berechenbares Alter haben, damit du das verstehen kannst, wie das möglich sein kann. Im Grunde ist es so, dass die einzige Person, die auf der Erde geboren wurde, und die jetzt mit ihnen auf dem Schiff ist, Soreko ist. Sie ist die einzige Person, die wirklich ihr Geburtsdatum weiß. In Taigeta ist das anders, sie feiern keine Geburtstage, wie wir hier auf der Erde, also werden wir jetzt die berechnen, um zu versuchen, einen Vergleich der Jahresanzahl zu haben, die sie haben würden, wie wir es hier auf der Erde verstehen, was sie tun, ist, dass sie ein Sterndatum der Position der Sterne nehmen, wie sie es ursprünglich berechnet haben, und es mit den irdischen Daten vergleichen, aber es ist kompliziert, weil es eine Zeitverschiebung zwischen der Erde und den Taigeta-Planeten gibt, da sie sich jedes Jahr voneinander entfernen, was die zeitliche Verschiebung erhöht. Um das Jahr 1990 betrug der Zeitversatz zwischen der Erde und den Taigeta-Planeten zwei Tage pro Taigeta-Tag. Im Jahr 2010 waren es 2,6 Tage auf der Erde für einen, in Taigeta, und heute sind es 4,6 Tage auf der Erde für einen in Taigeta. Das heißt, sie verbringen einen Tag und hier auf der Erde ist es die halbe Woche. Was sie also tun, ist, dass sie es mathematisch berechnen und es kommt ein bestimmtes Datum heraus, aber manchmal ist nur das Jahr bekannt, wie bei vielen von ihnen, die nur das ungefähre Alter sagen, und andere, die sich die Mühe gemacht haben, es genauer zu berechnen, um alle Daten und ein genaueres Datum zu erhalten. Nachdem das gesagt wurde, wirst du sehen, dass viele von ihnen als sehr jung angesehen werden würden, denn der Durchschnitt liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich von dem, was wir hier verstehen, und das liegt daran, dass sie beginnen, sich ab etwa 13 Jahren an ihre vergangenen Leben zu erinnern, das heißt, damit gewinnen sie viel Wissen und Erfahrungen zurück, die sie in anderen Leben gemacht haben, und das lässt sie bereits auf eine ganz andere Weise handeln. Bedenke auch, dass diese Menschen, die jüngeren Menschen, diejenigen sind, die auf der Suche nach mehr Aktion sind, die etwas aus ihrem Leben machen wollen, die erforschen und experimentieren wollen, Und deshalb sie auch diejenigen sind, die hier in dieser Situation auf der Erde assistieren, auf der anderen Seite wollen die Menschen, die vielleicht schon 300 oder 500 Jahre alt sind und die dieses schon einmal getan haben, jetzt auf ihrem Heimatplaneten ruhiger leben, oder auf einem anderen sesshaft sein und ein ruhigeres Leben führen. Das also ist auch der Grund, warum die Crew, die du sehen wirst, meist in einem recht jungen Alter ist, und bedenke, dass sie bis zu etwa 900 Jahre alt werden können. Der Körper der Frau erreicht seine Reife mit ungefähr 23 Jahren und der des Mannes mit 25 Jahren und von da an bleibt der Körper für vielleicht mehrere hundert Jahre erhalten und erst nach viel längerer Zeit wird er beginnen, Und zum Schluss noch die Klarstellung, dass uns diese Informationen von Anneka von Temmer zur Verfügung gestellt wurden, dass die Bilder, die du unten sehen wirst, diese Menschen nicht repräsentieren, es sind einfach Bilder aus dem Internet, Wobei Anneka uns geholfen hat, einige von ihnen zu finden, die ihnen ähnlich sind, es gibt nur ein einziges echtes Bild, es sind also keine echten Bilder, es ist wichtig, das klar zu stellen und auch wenn es den Anschein hat, dass sie alle ideal sind, das nicht die Realität ist, sie sind einfach gesünder, ernähren sich ohne Giftstoffe, haben eine ganzheitliche Ernährung, die auf der Medizin basiert und außerdem ist ihre medizinische Wissenschaft, weit fortgeschrittener als unsere, und schließlich sind auch die Stimmen, die du hören wirst, unsere, für das weibliche und männliche Team haben mehrere menschliche Männer und Frauen mitgewirkt, um ihre Stimmen zu leihen, mit all dem, können wir das Video beginnen Und nun werde ich euch alle Männer vorstellen, die Teil dieser Crew sind, Kila von Prokion Spitzname, K. von Ora zugewiesener Name, Baron Rojo oder, Leon, Delta Golf 150 Kilo, Alter, 28 Jahre, geboren 28. Februar 1992, Größe, 198 cm, Kila ist Teil der SOG, er ist der Anführer der Haschmalim und der Anführer des Jagdkommandos und der Jagdstaffeln, Pilot des Kampfschiffes, Rindi Atit, er ist derjenige, der die Kampfschiffe, die aus diesem Schiff kommen, koordiniert und bewegt, das ist seine Aufgabe und die Wartung, außerdem ist er ein Experte in Spezialoperationen, in Operationen mit Kampfschiffen und in der Leitung von kleinen Haschmalim-Teams, Ebenso in Kampfsportarten, Salafail von Era Spitzname, Salah, von Nora zugewiesener Name, der Wolf, Alter, 32 Jahre, geboren 15. Dezember 1988, Größe, 195 cm, Salafail ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, Als Teil des Special Operations Teams ist er ein Pilot mit Erfahrung mit menschlichen Flugzeugen, speziell Hubschraubern, außerdem in Marineoperationen, Schiffen und U-Booten, Auch ist er Teil des Wartungsteams für große und kleine Schiffe, er ist Experte für Sprengungen, terrestrische militärische und improvisierte Sprengstoffe, für deren Entschärfung und Neutralisierung, Er ist ein Experte im Schwimmen und Tauchen, in Operationen unter Wasser sowie in Bewegungen im Meer, in der Luft, an Land und in den Kampfkünsten, Ragül von Temmer Spitzname, Rak von Nora zugewiesener Name, Alter, 34 Jahre, Größe, 202 cm, Ragül ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim und der Pilot des Kampfschiffes Super Ghost, Er ist der Boss Level Trainer des Schiffes, Ragül ist auch Teil des Wartungsteams für die Triebwerkssysteme der großen Raumschiffe und die holographischen Computersysteme, Er ist ein Experte im Ausweichen und Infiltrieren, im Umgang mit Waffen, in deren Deaktivierung und terrestrischen Sprengstoffen, Spezialisiert in Dschungeloperationen, Wüstenoperationen, Hochgebirgsoperationen, Wasseroperationen, Marine und Tauchen, Außerdem ist er ein Marine-Experte von menschlichen Schiffen und U-Booten, von ziviler und militärischer menschlicher Luftfahrt, Außerdem von Terrorismus und Spionage, er ist ein Experte in Kampfkunst, Geschichte und terrestrischer Geografie und ist spezialisiert auf Exopolitik, Exolinguistik, sowohl in modernen, als auch alten terrestrischen Sprachen, Darüber hinaus ist er auch ein Experte in der taigetischen Medizin, Torel von Erra Spitzname, Torel das Hand der Alter, nicht berechnet, Größe, 197 cm, Torel, ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, er ist Teil des Wartungsteams für große und kleine Schiffssysteme, Er ist ein Experte in Sachen Tarnung und Infiltration, mit viel Wissen in Exopolitik, menschlicher Geschichte und Politik, sowohl alt, als auch modern, Außerdem ist er ein Experte für Szenarien städtischer und unterirdischer Situationen oder Operationen, Er ist ein Experte für menschliche Waffen und Gegenmaßnahmen, für Sprengstoffe und menschliche Nuklearwaffen, sowie für Kampfsportarten, Wir wollten hier eine Anmerkung machen, Torel, hat circa 4 Jahre Undercover im Pentagon gearbeitet, Dieses Foto, das sich durch die Netzwerke zieht, ist original, und das, ist das echte Bild von ihm, Das ist er, wir würden gerne in einem anderen Moment, mehr auf seine Geschichte eingehen können, Gabriel von Erra Spitzname, Gabe, Archie, von Nora zugewiesener Name, Archie Golf, Alter, 30 Jahre, Größe, 192 Zentimeter, Gabriel, ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, aber er ist auch ein Historiker und Pilot von Schiffen und menschlichen Flugzeugen, Er ist ein Experte in Kampfkünsten, in Langstrecken Kleinwaffen sowohl der Menschen als auch der Föderation, Spezialisiert in extremen Dschungeloperationen, in Wüstenoperationen im Nahen Osten, in deren Problemen und Ursachen, In der islamischen Welt, ist er auch ein Experte für europäische Szenarien bei Konflikten, Deren Ursachen, in Geheimgesellschaften, von Templern und deren Einfluss, sowie in Untergrundoperationen, Er ist ein Veteran von vielen Operationen auf der Erde, Azani von Erra, Spitzname, Aza oder Aze, Alter, 28 Jahre, Größe, 194 Zentimeter, Azani, ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, er ist ein Experte in Kampfkünsten, in Exopolitik, in urban terrestrischen Situationen und Konflikten, Management der Medien, menschlicher Spionage und Gegenspionage, Er ist auch ein Experte in Untergrund- und Hochgebirgsoperationen, in Bewegungen und Operationen von kleinen Gruppen, sowie in Infiltration, Zachary von Temmer, Spitzname, Zach oder Zach, Alter, 38 Jahre, Größe, 195 Zentimeter, Zachary, ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, er ist ein Experte für Konfliktsituationen und Szenarien im Nahen Osten, für Operationen in der Wüste, auch für menschliche militärische Machtstrukturen, für die Entschärfung von Sprengstoffen und menschlichen Waffen, Er ist ein Experte in der Terrorismusbekämpfung, in terrestrischen Maschinen, Geräten und Fahrzeugen der Oberfläche, sowie in den Kampfkünsten, Xeniel von Prokion, Spitzname, Eni, von Nora zugewiesener Name, die hungrige Bestie oder Biest X-Ray Bravo, Alter, 39 Jahre, Größe, 190 Zentimeter, Xeniel, ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, spezialisiert auf Luftunterstützung, er ist ein Kampfpilot des Schiffes, Gunar Bulldichenisin, er ist ein Experte in Extraktionsmanövern für Haschmalim und Chinonim-Teams, Experte in Extraktionen aller Art, wie bei Entführungen, im Umgang mit Traktorstrahlen von kleinen Frachtschiffen und Personalträgern, Daxel von Temmer, Spitzname, Dax, Alter, nicht berechnet, Größe, 200 Zentimeter, Daxel, ist Teil der SOG, er ist ein Haschmalim, er ist ein Experte in der Kampfkunst, im Umgang mit kleinen menschlichen Waffen und der Föderation, Spezialisiert auf Wüsten, Dschungel und Untergrundoperationen, er ist Experte im Ausweichen und Infiltrieren, macht sich unsichtbar unter der menschlichen Bevölkerung, auch in Bewegungen mit Fahrzeugen und menschlicher und holographischer Kommunikation, in menschlichen digitalen Computersystemen und in menschlichen sozialen Medien, Azrael von ERA, Spitzname, Azra, von Nora zugewiesener Name, Betlak Bravo Charlie 157 Zulu, Alter, nicht berechnet, Größe, 191 Zentimeter, Azrael ist der Pilot des Kampfschiffes, Nahi-Mosee, Blackhead, er ist ein Experte in der Steuerung und Taktik von Kampfschiffen, wie zum Beispiel der Wartung von kleinen Schiffssystemen, und in den Kampfkünsten, Akon von Prokion, Spitzname, Koni oder Toni, von Nora zugewiesener Name, Engel des Schicksals oder Destiny, Alter, nicht berechnet, Größe, 193 Zentimeter, Akon, ist der Pilot des Kampfschiffes, Doyateda Akos, Betkarma, er ist ein Experte im Steuern von kleinen Schiffen, in der Kampftaktik, in der Führung und Extraktion von kleinen Gruppen von Spatial Operations, Extraktionen aller Art, in Entführungen und Implantationen von regressiven und positiven Rassen, Zawel Allahi Eshtar von ERA, Spitzname, Allah oder Lahi, von Nora zugewiesener Name, Magic oder Magic Main Lima Echo 11, Alter, nicht berechnet, Größe, 199 Zentimeter, Zawel, ist der Wissenschaftsoffizier des Tolika Schiffes, er ist der leitende Wissenschaftler und Forscher, aber auch Historiker, Philosoph, Physiker und Mathematiker, er ist ein Experte in Genetik, in menschlicher Psychologie, in Gedankenkontrolle und Gegengedankenkontrolle, Tor Kahlil von Temmer, Spitzname, DK, oder Kahl, von Nora zugewiesener Name, Osiris oder Anu Junior oder Celus oder Superman Sierra, Kilo 15, 7 Alter, nicht berechnet, Größe, 198 Zentimeter, Tor Kahlil ist der Pilot des Schiffes Horus, welches ein Kampfschiff der Suzi 2 Klasse ist, er, ist verantwortlich für die Kommando und Kontrollen der Expedition des Tolika Schiffes, seine Hauptfunktion ist es, alles im CIC zu unterstützen, er steht hinter den Aspekten der Datensammlung, er ist ein Geschichtsexperte, in Exopolitik, in Gedankenkontrolle, in Psychologie und menschlicher Propaganda, in menschlichen Problemen, sowie deren Äziologie und Lösung, außerdem ist er ein Experte in Geheimdienst und Spionageabwehr und in menschlicher und hergetischer Medizin, als Teil des Special Operations Teams ist er ein Experte in Fighterkraft-Operationen und Taktiken, in temporalen Operationen und temporärer Veränderung, im Dienstgrad der Elite-Truppe Sandor, Daher ist er ein Experte in Stellarer und Temporaler Navigation, in temporalen Schleifen und im Portalmanagement, Iroh von Temmer, Spitzname, Roller oder IG, Alter, 25 Jahre, Größe, 200 Zentimeter, Iroh ist der Chefkoch des Schiffes, er ist Experte für die Wartung der Lebenserhaltungssysteme von großen und kleinen Schiffen, sowie für die Landwirtschaft auf großen Schiffen. Bevor wir mit dem Frauenteam fortfahren, möchten wir noch ein paar Punkte klären. Zuerst erklären wir, was ein Shinonym ist. Shinonym ist das gleiche wie ein Haschmalim, aber in weiblicher Form, mit dem einzigen Zusatz, dass sie königliche Wächter sind. Das heißt diese Leute sind immer in der Nähe von Alenim und Naisara. Und der zweite Punkt, den wir gerne klären möchten, ist über das Königtum von Taigeta. Wir wissen, dass dies bei Leuten, die nicht wissen, wie das taigetische Königtum ist oder wie es funktioniert, Verwirrung stiften kann. Zuallererst möchte ich euch sagen, das ist nichts, absolut nichts mit dem Königtum, wie wir es hier, kennen zu tun hat, also dem menschlichen Königtum. Sie haben eine holographische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die durch Räte strukturiert ist, und diese Räte sind die gleichen Leute. Die Königin regiert auch nicht über das Volk. Königin in Taigeta zu sein bedeutet, ein Vorbild zu sein, dem man folgen kann. Sie wäre wie die Repräsentantin des Volkes, eine Person mit viel Weisheit und sie ist nur Königin, wenn sie sich ihre Position verdient hat, und es ist der Hoher Rat von Taigeta, der sie bestätigt. Die Königin beutet das Volk nicht aus, noch hat sie mehr als andere, denn in ihrer Gesellschaft können alle Bürger das gleiche wie die Königin haben. Das waren die Punkte, die wir klären wollten, also können wir nun mit der weiblichen Mannschaft beginnen, Frauen auf dem Tolika-Schiff, Alenym von Temmer, Spitzname, Ale oder Quinte Boss oder Boss, terrestrischer Namensäquivalent, Alexandra, von Nora zugewiesener Name, Queen oder Romeo Hotel 01 Alpha Kronprinzessin HLH Alenym die Erste von Temmer, Alter, 21 Jahre, Geboren 1. September 1999, Größe, 177 cm, Alenym, ist die Leiterin der Expedition auf der Ebene des Staatsoberhauptes und ist die Besitzerin des Tolika-Schiffes, in Kürze wird sie zur Königin von Taigeta gekrönt werden, sie ist diejenige, die sich um alle kümmert und die mit ihrer Ausrüstung die Unterstützung von Temmer mitbringt, außerdem kommuniziert und baut sie herzliche und politische Beziehungen zu anderen Wesen in der Nähe des Schiffes auf, alles funktioniert dank ihr, und sie ist diejenige, die alles, möglich macht, außerdem ist sie Teil der königlichen ptolemäisch-alexandrinischen Linie mit alter Präsenz hier auf der Erde Adi Naisara von Temmer, Spitzname, Adi, von Nora zugewiesener Name, Looking Glass Romeo 01 Zulu, Alter, nicht berechnet, Größe, 152 cm, Naisara, ist die zweite im Bunde, sie ist Alenym's rechte Hand und gilt auf Augenhöhe wie Alenym als Staatsoberhaupt, sie übernimmt die gleichen politischen Aufgaben und die Öffentlichkeitsarbeit mit anderen Rassen auf dem Schiff, kümmert sich um das Wohlergehen der Crew im Speziellen und was sie auf dem Schiff brauchen, sie ist die Beraterin der Besatzung des Schiffes, außerdem ist sie eine Expertin für menschliche Psychologie und Probleme der Erde, sie ist auch Teil der königlichen ptolemäisch-alexandrinischen Linie, die in der Antike auf der Erde präsent war, Eri Dania Jelena von Era, Spitzname, Eri Elena, oder Captain, von Nora zugewiesener Name, Eri Dania Jelena von Troja oder Dr. Streinsch Echoyenki 01 Alter, nicht berechnet, Größe, 165 cm, Eri Dania, ist eine Expertin der taigetischen Wissenschaften und eine Historikerin, sie ist der physische Kapitän des Schiffes, diejenige, die es bewegt und für es, seine Position, seine Anforderungen und Bedürfnisse verantwortlich ist, sie ist diejenige, die alles Notwendige für die Sicherheit des Schiffes koordiniert, sie ist auch die wissenschaftliche Beraterin, sie ist Expertin für menschliche Probleme, für Waffen aller Art, für Raumschiffe jeder Rasse, für Antriebssysteme und für holographische Berechnungen, sie ist auch spezialisiert auf Nullpunkt-Energie und Reaktoren, auf Technologie und Starr- und Drehflügelflugzeuge der Menschen, auf Sternentore und Sternennavigation, Außerdem ist sie Expertin in Verteidigung und der Schilde von größeren Schiffen, in Replikationssystemen und Wartung, in Bewegung und Steuerung von großen Schiffen, Senetre von Erra, Spitzname, Selene oder Seli, von Nora zugewiesener Name, Dr. Ferry, oder Ferry Charlie Foxtrot, Alter, 27 Jahre, Größe, 178 cm, Senetre, ist die Ärztin und Chirurgin an Bord des Schiffes, sie ist diejenige, die sich um die Gesundheit der Besatzung kümmert, sowohl physisch als auch psychisch, sie dient auch als Beraterin für die Mannschaft des Schiffes, sie ist Expertin für die taigetische Medizin und andere Rassen wie Andromedaner, Urma, Arcturianer, Engan und Jena, auch in taigetischer und menschlicher Psychologie, sie ist auch eine Expertin in Kräutermedizin, Quarzmedizin und Schallenergiemedizin, sie ist spezialisiert in Genetik, Exogiologie, in Exo-Ökosystemen, Pflanzenbiologie, sowohl auf Silizium-basierter, als auch auf Kohlenstoff-basierter Biologie, sie ist auch eine Expertin für Heilerstrahlen, für Pharmakologie, für medizinische Labore, für Humanmedizin und für medizinische Pots, Lilayla von Prokion, Spitzname, Li oder Lila, Alter, 27 Jahre, geboren 5. Juli 1993, Größe, 166 cm, Lilayla, ist eine Expertin für Kommunikation, sie ist auch Teil des IIC, Informationsteams auf diesem Schiff, sie ist diejenige, die physisch alle Verbindungen und Kommunikationen aller Arten von Schiffen überwacht, vom interstellaren Gravitationsmon, bis hin zu Mikrowellen, Funk und Internet, Anna Seani von Erra, Spitzname, Seni, Alter, 23 Jahre, geboren 20. Oktober 1997, Größe, 172 cm, Anna Seani, ist eine Compiler-Intelligence-Agentin für das Schiff, sie widmet sich der Untersuchung von sozialen Netzwerken und dem Abhören aller Kommunikationen der Erde mithilfe von fortschrittlichen Computern, vom Internet bis zu den Polizei-, Notfall- und Militärfunkbändern, Marine- und Luftfahrtbändern, sie extrahiert alles, um Metadaten zu finden, die Ergebnisse werden an Khalil und an Eka weitergegeben, Zeikira von Erra, Spitzname, Kira oder Zaki-Kaira, von Nora zugewiesener Name, Dr. Knight, oder Zulu 07 Kilo, Alter, nicht berechnet, Größe, 168 cm, Zeikira, ist eine Ingenieurin, die alles am Laufen hält und für die Sicherheit des Schiffes sorgt, sie ist Expertin für große und kleine Raumschiffe, Wartung und Reparaturen, Triebwerke und Antriebssysteme sowie für künstliche Schwerkraftsysteme, außerdem ist sie spezialisiert auf Replikationssysteme, auf elektrische Systeme, auf Nullpunkt-Energie, wie auf die Wartung von Nullpunkt-Reaktoren, auf fortschrittliche holographische Computer und hydraulische und pneumatische Systeme, an Eka von Temmer, Spitzname, Anna oder Annie, von Nora zugewiesener Name, Kosmik Panther, oder Architekt oder Echo Kilo 01 Alpha, Alter, 22 Jahre, geboren 21. Dezember 1998, Größe, 190 cm, an Eka, ist eine Historikerin und der Geheimdienstchef des Schiffes, alle Informationen über Situationen auf der Erde oder im Weltraum, die das Schiff umgeben, laufen über das Taigeta Intelligence Department oder CIC, dessen Leiterin, oder Direktorin sie ist, in Bezug auf entsprechende Positionen ist sie so etwas wie der CIA, Direktor von Taigeta, zumindest hier auf diesem Schiff und rund um die Erde oder in diesem Quadranten, da es kein anderes taigetisches Schiff gibt, Alles, was auf der Erde geschieht, geht über sie, bevor es zur Führung des Schiffes und des Hohen Rates in Taigeta kommt, darüber hinaus ist Ann Eka eine Expertin für menschliche Beziehungen und Sprachen, für taigetische menschliche Beziehungen, für irdische Probleme, für Exopolitik, für Geheimdienst und Spionageabwehr, wie auch für Spionage, Kommunikation, holographische Computersysteme und Energiesysteme, außerdem ist sie eine Expertin in der taigetischen und der menschlichen Wissenschaft, aber auch in der menschlichen und taigetischen Medizin und sie arbeitet mit Senetri von Erra zusammen, Alia von Erra, Spitzname, Ali, Alter, 27 Jahre, Geboren 10. August 1993, Größe, 182 cm, Alia, ist die Anführerin des SOG-Teams und der Königlichen Garde, sie ist eine Chinonim, sie ist Mitglied des CIC, der Geheimdienstabteilung des Schiffes, und ist auf der Brücke des Tolika-Schiffes für die Kommunikation und Navigation zuständig, sie ist eine Expertin in Kampfkünsten, Infiltration, Spezialoperationen des Geheimdienstes und der Spionageabwehr, außerdem ist sie eine Expertin für menschliche Geheimgesellschaften, für Probleme auf der Erde, für kleine menschliche Waffen und wie man ihnen begegnen kann, außerdem auch für menschliche Fahrzeuge der Oberfläche, Sprengstoffe und menschliche Atomenergie, Kassia von Erra, Spitzname, Kassel, Alter, 23 Jahre alt, Geboren 20. April 1997, Größe, 180 cm, Kassia, ist Teil des SOG-Teams und der Königlichen Garde, sie ist eine Chinonim und gehört zum Brückenpersonal des Tolika-Schiffes und Steuermann, sie ist Expertin in alter-teilgetischer Waffentechnik, in Rüstungen, Kampfkünsten und Schwertern, sowie in defensiven Szenarien, Ausweichen und persönlichen Schilden, außerdem in der Handhabung, Navigation und dem Steuern von großen Schiffen, Aya von Temmer, Spitzname, Ari, Alter, 24 Jahre, geboren 12. Mai 1996, Größe, 165 cm, Aya ist Teil des Special Operations Teams und eine königliche Wache, sie ist eine Chinonim und die Assistentin von Senetre von Erra auf der medizinischen Seite, sie ist Expertin für holographische Datenverarbeitung und Moon-Kommunikation, sowie in der Feldmedizin bei Einsätzen, sowohl in der taigetischen, als auch der menschlichen Medizin, außerdem ist sie Expertin in der Kampfkunst, von kleinen Waffen und Schilden und der Absicherung und dem Schutz von hochrangigen Personen, Kara von Temmer, Spitzname, Kari, Alter, 21 Jahre, geboren 23. Juni 1999, Größe, 185 cm, Kara ist Teil des Special Operations Teams und eine königliche Wache, sie ist eine Chinonim und die persönliche Assistentin und Leibwächterin von HLH-Adonym von Temmer, sie ist Expertin von Kampfkünsten, defensiven Szenarien und Energiewaffen, von tragbaren und kleinen Waffen, Sprengstoffen und in feindlicher Pharmakologie, das heißt von Giften, von deren Erkennung und Deaktivierung, außerdem ist sie spezialisiert auf chemische und biologische Waffen, Energieschilde, Portalmanagement und zur Absicherung sowie zum Schutz von hochrangigen Personen, Zoya von Erra, Spitzname, ZOWI, oder ZOV, Alter, 29 Jahre, geboren 19. Januar 1991, Größe, 160 cm, Zoya ist Teil des Special Operations Teams und eine königliche Wache, sie ist eine Chinonim und die persönliche Assistentin und Leibwächterin von HLH-Adonym von Temmer, sie ist Expertin für defensive Szenarien, für kleine Waffen und wie man sich gegen sie mit Energieschilden schützt, eine Expertin in menschlicher Atomenergie, deren Auswirkungen und Kontaminierung von chemischen und biologischen Waffen, außerdem ist sie eine Expertin in Nullpunkt-Energiesystemen, in Kampfkünsten, von Exo-Waffen, Exo-Beziehungen, in Kommunikation und targetischen Beziehungen zur Föderation, außerdem ist sie spezialisiert auf die Sicherung und den Schutz von Menschen mit hohem Ansehen, Myka von Temmer, Spitzname, Nisi Odasta, Alter, 26 Jahre, geboren 28. Mai 1994, Größe, 158 cm, Myka ist Teil des Special Operations Teams und eine königliche Wache, sie ist eine Chinonim und die persönliche Assistentin und Leibwächterin von HLH-Adenei Sarah von Temmer, sie ist eine Expertin in kleinen Sondereinsatzgruppen, in der Steuerung kleiner menschlicher Flugzeuge mit festem und drehbarem Flügel- und Beiluftangriffen, sie ist auch Expertin in der Infiltration von unterirdischen Basen, im Umgang mit Sprengstoff und Sprengungen, von Energie, komprimiertem Schall, chemischen und biologischen Waffen, außerdem ist sie spezialisiert auf Exobiologie und auf die Sicherung und den Schutz von hochrangigen Personen, Andrea Sureko Takahane nicht-hegetischer Rasse, Mensch, Spitzname, Andü, oder Suri, Alter, 17 Jahre alt, geboren 15. Februar 2003, Größe, 159 cm, Sureko ist von der menschlichen Rasse und wurde im Februar 2016 aus Hokkaido, Japan, entführt, Sureko, ist Lehrling und Personal der Kommandobrücke dieses Toleka-Schiffes, Sternnavigation und Lutzen von großen Schiffen, sie ist diejenige, die immer die Position des Schiffes festlegt, seine Bewegung und die zukünftige Projektion, wo es sein wird, sie legt auch den Kurs oder die Route nach irgendwo fest, sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass das Schiff nicht aus der Umlaufbahn fällt und gibt die Informationen an Eri Dania, den Kapitän, weiter, Yatshi Swaruta Swari 12 nicht-hegetischer Rasse, Swaruhianer, Spitzname, Liswa 12, oder Siel 12, von Nora zugewiesener Name, Siharawiski 12 Alpha, Alter, 10 Jahre, geboren 8. März 2010, Größe, 139 Zentimeter, Yatshi, hat ein begnadetes Gedächtnis, erinnert sich perfekt an ihre zwölf vergangenen Leben, sie ist die Führerin von allen, die Ratgeberin, sie ist eine tausendjährige Seele, sie ist Expertin für Spielzeug, Webstühle, Stickerei, Schneiderei, aber sie ist auch, Expertin für Genetik, für traiegetische und menschliche Medizin, für Extremsportarten, für Replikation und Traktorstrahlen, außerdem ist sie eine Expertin in Geschichte und spezialisiert auf ausgestorbene menschliche Sprachen, sie ist auch spezialisiert auf Gedankenkontrolle, auf die Psychologie jeglicher Rasse, ebenso auch auf die Probleme der Erde, auf stellare politische Organisationen und interstellare Rassen, also interstellare Spezies, wofür sie Expertin von Exopolitik und Exolinguistik ist, Yatshi, spricht vier stellare und 19 irdische Sprachen, darunter, Proto-Keltisch, Irisch-Gelisch, Navajo, Inuit, Latein, Griechisch und Altägyptisch, sie ist auch Expertin für menschliche Starr- und Reflügler, für menschliche Transporter, für Energiesysteme, Portale und deren Navigation, für das Steuern von Kampfschiffen, Taktik und Reparaturen, darüber hinaus ist sie Expertin für leichte Waffen aller Rassen, für Metallurgie und besonders für Schwerter, japanische Katanas, aber auch für holographische Computersysteme, für fortschrittliche Antriebssysteme und von Raumschiffen aller Rassen, Expertin von Energie- und Nullpunktreaktoren, in Kernenergie und Strahlung, in stellarer Navigation und temporaler Navigation, sie ist eine große Expertin der Manipulation und Veränderung von Zeitlinien, da sie sich an ihre Ausbildung in Elite-Kämpfer-Teams vom Typ Sandor in ihren vergangenen Leben erinnert, sie ist neben vielen anderen Dingen auch eine Expertin für das Bewusstsein und den Äther, für die Manipulation von Materie mit Bewusstsein und für die Beziehungen zwischen Menschen und Sternen. All das Training und all das Wissen, das das teigetische Team hat, ist sehr beeindruckend und bevor wir schließen, möchten wir euch mit einer Botschaft von Anneka von Temmer verlassen, die wir für wichtig halten, diese Qualifikationen oder Eigenschaften der Leute auf dem Schiff, die habt ihr da unten auch, ich meine dich und andere Leute, so oder so ähnlich, du erinnerst dich nur nicht daran, aber das ist der Grund, warum du auf der Erde bist, weil du qualifiziert bist, wir sind alle alte Seelen mit vielen Abenteuern hinter uns, es sind nur die Eigenschaften der Leute auf dem Schiff, die habt ihr, da unten auch, ich meine dich und andere Leute, so oder so ähnlich, du erinnerst dich nur nicht daran, aber da auf der Erde bist, weil du qualifiziert bist, wir sind alle alte Seelen mit vielen Abenteuern hinter uns, es sind nur die, die ich in der Crew aufgelistet habe, weil sie sich erinnern, weil sie in der 5D sind, aber wo du bist bedeutet nicht, dass du weniger Qualifikationen oder Fähigkeiten hast. Ganz im Gegenteil, es wird hier immer gesagt, dass diejenigen, die da unten arbeiten, mehr verdient haben als die von oben, obwohl zur Verteidigung derer von uns oben im Orbit, es ist hier kein Rosengarten, wir haben unsere täglichen Schwierigkeiten, und im Allgemeinen ist es schwierig, wir alle kämpfen für das, von dem wir in unserem Innersten wissen, dass es das Richtige ist. Hier beenden wir dieses Video, ich hoffe, es war für euch interessant, es war für uns sehr aufregend, mehr über all die Menschen zu erfahren, die jetzt das thai-getische Team ausmachen, also hoffen wir, dass es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Danke euch allen fürs Zuhören und dafür, dass ihr immer da seid und wir sehen uns in den folgenden Videos, Bienvenidos, Willkommen.